Mit Sonokret machen wir Beton klimafreundlicher. Wir sorgen dafür, dass man weniger Zement einsetzt, um Fertigteilbeton herzustellen. Und das Ganze geht mit Hochleistungsultraschall. Damit regen wir die Reaktion zwischen Zement und Wasser an. Für den Strukturwandel, glaube ich, können wir eine wichtige Rolle spielen, weil wir das nächste große Ding mitmachen. Unsere ganze Wirtschaft auf CO2-freie Füße zu stellen und tragen halt dazu bei, dass der Planet lebenswert bleibt. Und nicht nur die Lausitz, sondern alles hier, weil wir dafür sorgen, dass weniger CO2 freigesetzt wird. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung für uns alle. Das macht uns, glaube ich, zu einem wichtigen Ort und einem wichtigen Platz im Strukturwandel, aber auch in dem Wandel, wo die ganze Gesellschaft durchmacht. Die Lausitz ist einfach die Heimat. Das ist da, wo man herkommt, wo man die Familie hat. Und ein Stück Natur und Landschaft und Völkchen, was einem so am Herzen liegt. Was vielleicht gar nicht von außen für jeden Betrachter irgendwie sonderlich charmant oder attraktiv ist. Aber wenn man hierher kommt, dann möchte man einfach, dass hier was vorangeht. Ich kenne das ganze Potenzial, was die Lausitz hat und möchte, dass wir das gerne zeigen können und dass wir auch als das wahrgenommen werden, was wir sind. Eine lebenswerte, coole Region.